So, nachdem die letzte Runde etwas sehr scheiße war, sind wir hier wieder zurück mit einer Runde Team Deathmatch auf Hijacked. Ich hoffe, mein Team ist nicht ganz so scheiße und dass ich auch mal... Geil, der läuft. Alter Scheiß-Internet, oder was sagst du? So weit würde mich echt irgendwie mies ankotzen. Werfen wir hier mal was Tolles hin. Jetzt können sie sich freuen. Hö, ich hab ihn gesnappt mit der Grenade. Hat ihn voll geplättet und so. So, hier ist erstmal keiner und die müssten hier gleich wieder hinten spawnen. Na, 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 nein. Doch, da ist einer, da ist einer, da ist einer und da ist noch einer. Oh nein, den zweiten hab ich nicht immer erwischt. Aber war eigentlich gar nicht so schlecht der Anfang. Jetzt laufen wir hier mal voll sicher mitten rein und sehen einfach mal gar keiner. Okay, dann machen wir das jetzt mal alle hier rum. Boah, Alex snackt hier. Alex snackt. Oh nein, der hat mich voll mit dem Pfeil, Alter. Mit dem Pfeil getroffen, ey. Oh, das war echt bitter, ne? Was war denn dieses Piepen gerade? Hat sich echt nicht gut angehört. Das war ein Volltreffer und das war kein Abschluss. Scheiße. Aber siehst du, Leute? Viel hängt hier. Oh, was macht er denn da? Viel liegt wirklich am Team, wie man gerade sieht, weil kaum ist ein besseres Team. Bin ich auch gleich besser, weil das färbt einfach ab. Aber, ja, so wird's schon vorbei. Oh, das ging mir zu schnell. Oh, wer macht denn da Musik an, ey? Kann man denn so scheiße sein? Na gut, okay. Ja, die Runde war ja ein bisschen kurz, denken wir dann doch nochmal Engel lieber mit dran. Weil die Runde war ja wirklich low, 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 low. Und bald können wir auch die M27 nehmen. Da freue ich mich schon so ein bisschen drauf. So, was können wir hier denn? Taktiker, Ambrust, Black Cut. Ja, okay, okay, okay. Und dreifach Abschluss. Yeah. Ha. Dreifache Abschlussmedaille. Oh, Mann. Alter. Haltet alle die Klappe. So, Team Deathmatch of Raid? Jawohl, darauf hab ich Bock. Das wird geil. So, jetzt machen wir hier mal. Bereiten wir mal die Sniper-Klasse auch vor. Falls sie benötigt wird, wahrscheinlich nicht. Komm, wir machen hier so eine schwule Tarnung drauf. Dann bin ich auch vorbereitet, falls ich den Rape kriege. Einfach mal ein bisschen resten. Kaserne können wir anscheinend ganz... Oh, ich hab hier noch gar nichts gemacht. Wollen wir gleich mal gucken, was wir hier so machen können. Oh, geil. Oh, geil. Also, wir können viel machen, hab ich so den Eindruck. Oh, hier. Das kann ich mir alles runterladen. Ah, cool. 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 Also, runterladen wollte ich mir jetzt nicht so viel, aber... Ja, gut, da haben wir einfach gar nichts dran. Scheiß drauf, ne? Brauchen wir nicht. Wir warten, bis wir auf was Cooles bekommen. Und dann machen wir das natürlich sofort rein. Und wer jetzt schon mit dem Level schon alle coolen Sachen freigestellt hat, der möge es bitte für sich behalten und nicht rapen. Rapen? 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 Na, egal. Weil, wie ihr seht, bin ich der Pro-Gamer und deswegen krieg ich das nicht so schnell. Aber ich bin schon Level 25. Ich werd ja auch, äh, kein Prestige machen auf jeden Fall. Aber schön die Waffen natürlich hochzocken, ne? Ob wir vielleicht ein paar Specials machen? Nein, 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 nein. Das war ja schon mal mega schlecht. Aber Raid ist auch immer so eine Sache, ey. Das snipe bei mir mal. Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Da kommt der mit. Ey. Alter. Das ist ja echt unschön, ey. Ich hab irgendwo was gehört. Ich glaub, das war hinter mir. Boah, und Leute, ey. Ich schwitze wie so ein Bär an den Eiern, das ist unglaublich. Diese Hitze, ey. Fenster ist zwar schon auf, aber puh, alter Schwede. Und im Winter beschwere ich mich wieder, dass es zu kalt ist. Oh, so kalt, Heizung ist kaputt. So, jetzt haben wir jetzt mal gesnackt. Gucken, ob hier oben noch einer drin ist, einfach mal zur Sicherheit. Mimimimi, es ist so kalt, ich kann mich gar nicht konzentrieren, meine Finger sind kalt. Ist ja sowieso so eine Sache mit den Fingern, ey. Die sind ständig cold. Na, kommt hier einer raus? Ach, da ist er. Ach, das ist ja unglaublich. Hä, hä, assist. Alter, und wo kam er denn? Oh Gott, nein, oh, ich hätte gleich drauf schießen sollen. Oh Gott, dammit, Alter. Hm, da war doch gerade bestimmt einer. Okay, anscheinend doch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal todesmutig durch die Mitte. Snacken den da hinten erstmal. Und die Granate kommt gleich. Oh Gott. Immer die Granaten. Ich glaube, ich bin... Das war uncool. Das war wirklich richtig uncool. Da hat mich einfach die Granate voll weggeblastet. Ja, und hier hinten wird keiner sein, nö. Mein Kill, dankeschön. Haftgranate geworfen. Haftgranate geworfen. Scharfschütze! Oh, shit. Da wollte ich gerade heldenhaft, äh, mich einsetzen. Oh, null Chance. Bei so einem Scharfschütz, naja. Die schießen ganz schön scharf. Und dann hat man da echt keine Chance, ey. Einfach Pammen in die Fresse und weg ist man. Ich finde es eigentlich auch ein bisschen... ...krass, dass ich hier so alleine zocken muss. Er kriegt jetzt einen Headshot. Lol. Was? Er kriegt einen Sohn-Shot. Vielleicht auch einen Kampffschot. In sein Face. Weil er einfach nichts drauf hat. Das kleine Kind. Na, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Ich weiß gar nicht, ob ihr den Controller hört, wenn ich hier so... ...blub, blub, 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 blub. Weißt du? So drücke und so. Oh, ich hoffe natürlich nicht. Weil der ist natürlich ein bisschen nah am Mikro dran, weil ich musste ihn irgendwie in den Fingern halten, ne. Und ist halt auch nicht so leise wie so eine tolle Tastatur. Oh, fuck. Ich darf nicht mal anvisieren. Ich visiere bei jeder kleinen Scheiße an. Oh, der war knapp. Hätte der einen Sniper gehabt, dann wäre es vorbei gewesen, ne. Ich visse das selber. So, bei sowas muss ich zum Beispiel anvisieren, aber ich treffe ja eh nicht, also kann ich nur das Anvisieren auch sparen. Und wir schon wieder einen Sniper gehört, ey. Oh, nein. Oh, fuck. Kommt er mit seiner M da um die Ecke? Ich warte ja wenigstens auf die M27. Huh. Nein. Oh, ich musste nachladen. Oh, nein. Hey, ich warte ja wenigstens auf die M27. Weil die M da finde ich eigentlich gar nicht so geil. Also. Die ist wirklich nicht so mein Fall. Nein, falsche Waffe. Ich wollte die haben. Das Ziel ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Alter. Ich wollte mich ja verarschen. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Sniper-Action noch. Letzten zwei Sekunden. Hier scheint nichts los zu sein. Alter, der war aber knapp. Der war richtig knapp, ey. Alter, wir führen. Na, dann werde ich mich mal nochmal ins Zeug legen hier. Alter, was war das denn für ein krasser Sound? Der war immer mega krass. Oh, ich kann nicht zielen, ey. Ich kann echt nicht zielen, Freunde. Die imaginäre Wand hat es einfach blockiert, diese Zielen. Ich finde, Raid ist auch so eine richtige Camper-Sniper-Map, ey. Ey, den Kill hätte ich doch mal machen können, ey. Oder, ey, was sagst du? Na, was sagst du? Oh, der war auch mega angehettet. Ey, der hätte umfallen müssen. Oh, der hatte so Sprengstoff-Resistance drin. Und da konnte ich da natürlich nichts machen, ey. Da hat die Granate, ne? Einfach, oh, jetzt wollte ich da gerade, ne? Angreifen. Egal. 0,54 ist natürlich eine super Quote. Ja, danke, danke, danke. Ordentliche Leistung. Ach, goldene Snipe. Ach so. Ja, gut. Hat er sich mal gegönnt? Okay, liebe Freunde. Das war's für diese... Für diese Sendung, wollte ich schon sagen. Für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Video. Tschüss.